Gibt's dat oder gibt's dat nicht? Wat denn los Lenny? Hast du nen UFO gesehen? Oder irgendwas außergewöhnliches? Nee, kein UFO. Nix außerhörtiges. Aber ik hab nen Brief bekommen. Nen Brief? Vom Amt? Oder wieder so ne Mahnung? Beides absolutens Falschmord. Ik glaub heute sollst du net, weil wer wird Millionär mitmachen? Du würdest totalstens abkacken. Ikke? Bei mir auch? Nee, kannst du vollstens vergessen. Würde ik ja glatt durchfallen. Wobei, wenn dat so ein blöder Bäcker aus Berlin schafft, ey, dann sollte ik dat wohl auch absolutens schaffen. Da sollte ik keine Probleme haben. Stimmt schon. Bist ja auch voll der Sympath. Und total menschlich. Ik glaub, dat wird denen ja auch schon gefallen. Aber so oft wie der heut schon daneben liegs, Alter, würd ik dat an einer Stelle lassen. Ik hab's doch absolutens net vor, hier bei mir auch mitzumachen. Ik wollt nur wissen, wat du net glaubst. Achso, dat. Also, wir sind eingeladen. Wat? Uns hat jemand eingeladen? Wozu? Den Wettsaufen in der Schenkel? Wieder falsch. Also, dat mit dem Millionär. Ik würdet wirklich lassen, Mohan. Achso, wer uns eingeladen hat. Howard. Ist ja toll, aber wozu eigentlich? Zur Hochzeit. Du, Ikke und Werner, wir sollen nach Südafrika fliegen. Wie? Howard heiratet nochmal? Ik glaub's ja net. Ey, der ist doch noch net mal geschieden. Wieso heiratet denn der da nochmal? Will der sich nen Harm aufbauen? Ja, der kotzt mich auch an. Dat kann sein. Ey, ik versteh die arme Frau. Nee, mein Mohan, mich kotzt dat an, dat der Wayne in Südafrika heiratet. Können die net wie alle anderen normalen Berliner hier in Berlin heiraten? Wie? Wayne heiratet auch nochmal? Doppelhochzeit? In Südafrika? Krass, ey, ich wusste ja nicht, dass das dort möglich ist. Ik glaub, Moat, wir reden heuleinander vorbei. Also nochmal, langsam, jetzt zum Mitschreiben. Wayne heiratet, nicht Howard. Howard hat uns zu Waynes Hochzeit eingeladen und die findet in Südafrika statt. Achso, nun wird's helle. Aber ik dachte immer, Wayne ist erst 10 Jahre, so wie Howard das bis jetzt immer erzählt hat. Moment, Moat, het hat geklingelt. Ich mach mal eben auf. Hallo, meine beiden Freunde. Schön, dass ich je heute treffe. Hey, ihr beiden. Wie, Howie? Du hier? Ich mein, du solltest schon längst in Südafrika sein, stattdessen bist du hier in Berlin in meiner Bude. Well, das stimmt eigentlich, sollte ich in Südafrika. Aber mein, so Wayne, ist ein bisschen vergesslich, wenn ich nicht vergess, dass ich ein Brieftasche bei Delaney. Ich hoffe, du hast dich gefunden. Äh, naja, ik muss nachdenken. Moment. Ja, genau, der Geldbeutel. Der liegt oben am Fernsehschrank. Aber Geld ist keins mehr drin. Äh, Geld war keins drin. Der ist leer. Nun, weißt du, wo das Sprichwort herkommt, ey? Millionengrab. Lenny ist ein Millionengrab. Na und? Besser wie Werner, der Zombie, in seinem Jägermeistergrab. Wenn man vom Teufel spricht, da zeigt er sich und gibt meistens dummes Zeug von sich. Denn denken, nein, dit kann er nicht. Ruhig, Blut, Werner. Du wirst morgen weder körperlichen Schaden zufügen, noch wirst du gleich in die Schenke weiterziehen. Du wirst mit uns gleich zum Flughafen kommen. Und dann fliegen wir nach Südafrika. Ganz genau. Und nun trieb ich erstmal einen Schluck klar an, Werner. Du alter Sprücheklopfer, hier hast du eine Flasche. Mord, das sieht aus wie eine Flasche puren Alk. Äh, Werner, trink das Zeug nicht. Ich bin zu spät. Volle Kalle auf Ex. Ich glaube, Werner wird nicht mit nach Südafrika fliegen. Ganz toll. Also, weil wer wird Millionär? Wird's nichts. Hellsehen kannst du auch nicht. Ich würde sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, aber, aber mal was anderes. Wieso hattest du denn du eine Flasche mit 100%igem Alkohol dabei? Na, ganz einfach. Ich wollte, ähm, ne, ich hab's vergessen. Aber, aber wir sollten uns unbedingt um Werner kümmern. Der hat eben eine Flasche mit 100%igem Ei getrunken. Ach, ich glaube, der hat schon viel Schlimmeres überlebt. So schnell wird den das nicht umhauen. Alk ist ihm sein Lebenselixier. Dann sollten wir uns lieber mal unsere Sachen schnappen und dann nix auf ihm in die Schenke und unser persönliches Blö-Boy-Lebenselixier tanken. Das war die erste gute Idee seit Wochen von dir, Moat. Auf die Hochzeit können wir immer noch fliegen. Oder besser noch, wir lassen sie fliegen. Ach, ich meinte sausen. Tja, ganz genau, ganz genau.